Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Herr Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer schickt sie? Das hier ist Magen! Sie meinen Befehl zu widersetzen! Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Der Angriff Steiner ist ein Ehre. Der Angriff Steiner hat mich verlogen! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist der Geschmacks des deutschen Volkes. Sie ist ohne Ehre. Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wenn man Messer und Kabel hält. Jahrelang hat das Militär meine Aktion im Lob verhindert. Oh ja, Pierdole, sieh mal ein Schicker. Es hat mich denen nur ein Widerstand in den Weg gelegt. Ich hatte gut daran getan. Um daran alle höheren Offiziere registrieren zu lassen, wie Stalin. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Verräter, von allem Anfang an bin ich noch verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen. Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut. Bitte, gerne. Jetzt beruhig dich doch. In den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017